Ich bin der Lois, 13. und 14. und 15. August in Fenöss drin. Ist der Zeltfest. Du gehst auf, Schulplattler, die Feuerwehr, die Feiern, das ist überhaupt nicht mehr aufheftet. Freunde, ich bin's, euer Klaus Seifert. Habt ihr schon gehört, am 13. und 14. und 15. August, da steigt in St. Magdalene Fenöss ein großes Zeltfest. 25 Jahre Schulplattlergruppe Fenöss und 100 Jahre freiwillige Feuerwehr, Sankt Magdalene Fenöss. Man, da geht's richtig zur Sache. Unter den Geißlerspitzen, da lassen wir die Puppen tanzen. Zwei, drei Bierchen noch dazu. So soll's sein. Wir sehen uns, liebe Freunde. Macht's gut. Euer Klaus Seifert. Auf öppes freuen wir uns heute schon. 13., 14., 15. August, Fenöss, Zeltfest. Da geht's auf. Anstatt den Gipfel zu stürmen, geh ich lieber von 13. bis 15. August zum Schulplattler- und Feuerwehrfest, die Fenöss da nicht mehr hat's. Amn Amn Vielen Dank.